Er hat nicht aufgenommen. Let's Hallo und Herzlich Willkommen zu einem ganz neuen Let's Play und auf einem ganz neuen Kanal, nämlich auf Gaming Heroes. Und zwar zu einem Let's Play Together. Und wir spielen heute Football Heads. Zum zweiten Mal übrigens schon. Zum ersten Mal. Na gut, beim ersten Mal haben natürlich ich gewonnen. Aber leider hat das Aufnahmeprogramm nicht mitgemacht. Du hast einfach das einzuschalten. Sondern um irgendwann einfach das einzuschalten. Deswegen dürfen wir das Ganze nochmal machen. Und eigentlich hat das halt nicht gewonnen, weil ich besser bin. Gut, das wird natürlich niemals jemand erfahren, der gewonnen hat. Aber jetzt geht's hier um das. Und wir wechseln jetzt auch mal in das Spielfeld. Damit... Also für euch... Ja, wir haben einfach gespielt. Und der hat einfach jetzt auch aufzunehmen. Deswegen dürfen wir normal spielen. Noch mal weiter, was das sieht. Okay. Äh, mach mal weiter. Ich bin nicht schön. Nicht? Nein. Ah, die tun wir es so. Das sieht toll aus. Sowieso ein kleines Gesicht. Ja, ne? Nase, Punkt, 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 Strich. Ja. Strich, Punkt, Strich. Nichts. Fertig ist das Spielfeld. Wow. Das war mega witzig. Das war toll. Hier rein vor allem. Oh mein Gott, ich kann nicht... Mann, ich hab hier gerade ganz schlechte Sitzposition, aber egal. Ja, jetzt sieht auch... Oh, wir spielen einigkeiten. Wir spielen übrigens Best of Five. Das heißt, wer zuerst dreimal gewinnt, gewinnt und der Verlierer muss ein Let's Play machen. Hey, ich mache mir der Verlierer über ein Spiel, das nennt sich ein Fast-Band-Simulator. Und darum geht es eben auch um einen Treu-Songen, jemand, der eben das... Einige Hausarbeiten berichten muss. Ja. Ähm, Mann, 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 Mann. Was du dir bei springen? Erfekt. Immer den Ball. Perfekt. Das heißt, die Perfekt. Das war perfekt. War nicht perfekt, aber... Es war wunderbar. Nein, 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 nein. Also an dem Tor war ich maßgebend beteiligt. Das ist nicht mehr bewegt. Alter! Ja, gut, muss ich auch nicht, wenn... Wenn ich gegen dich spiele, Und ich fand die anderen, wenn das andere Spielfeld deutlich besser, da hab ich mehr gewonnen. Ja, aber leider hat das auch mein Programm nicht aufgenommen, was soll ich da zu sagen. Weiß auch nicht, wie es dazu kommt. Konnte. Oh! Ach, es ist vorbei, okay, gut. Ja, 1 zu 0 für mich, würde ich sagen. Nee, wenn ich... Fängt hier doch... Fängt doch gut an. Ich hielt die Gefühle. Ach, wenn du vielleicht das Spiel musst, dann... Ja, aber ich noch. Ah, ja, komm, komm, komm. Ja, gut, so viel ging die letzte Runde auch an, das... Da muss man sich jetzt gar nicht, äh... Nein, 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 nein. Und... Ja, danke schön. Da muss man auch hier gleich wieder, äh, hier... Torlinien-Technik anwenden. Das war natürlich ein Tor, also keine Frage. Das war kein Tor, der war einfach liegen geblieben, okay, so wie jetzt auch. Das war auch ein Tor. Das war kein Tor. Alles Tor, alles Tor. Ja, das Spiel hat einfach hier... Ganz schlechte Qualität, was... Was das Erkennen von Toren angeht. Oh, das ist einfach ein sehr gutes Spiel. Ja, das ist ein sehr gutes Spiel. Ein... Kann ich verlieren. Ja, ne, ich... Ja, ich mach's auch gerne. Nein, das ist wieder! Ja, perfekt, 2-0. Ich glaub, hier von den fünf Toren in den Sender wichtig schossen kann das sein. Nein! Das war cool, okay. Schön. Komm, jetzt... Jetzt, jetzt nicht, jetzt nicht lang, das nicht. Komm, jetzt geht's hier, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss jetzt von den Spielen gewinnen. Ah? Nein! Ja, komm, ach komm, keine Chance. Also, jedes Spiel gilt übrigens eine Minute. Nein! Das heißt, jetzt ist Halbzeit gleich. Aber so ist der Junge gebrochen. Das Spiel ist nicht sehr realistisch. Ja, das war ohne Frage ein Tor. Das hat sogar das Spiel diesmal erkannt und das auch. Damit steht es 3-3. Naja, und damit ist 4-3. Mein erstes Tor in dem Spiel. Nein, 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 nein. Bin ich schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ja, du, ja, was ich mir, ich bin so, ich schiefe die Tore und 2-2. So, komm, ja. Ja, oh, okay, 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 aber gut. Das heißt natürlich gar nichts. Da steht es jetzt 2-1. Aber ich werde es trotzdem noch gewinnen. Ja, du bist so klingt man noch viel in den Spiel, also. Ja, natürlich, keine Frage. Guck, guck, guck. Nein, warum muss ich nicht liegen? Ja, hallo, weil Bälle rollen nun mal. Ey, ich wollte, ich wollte ja auch mal so meinen Kopf. Nein, 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 nein. Den Witz habe ich zwar vor schon gebracht, aber das ist ein richtiges Kopf-an-Kopf-Brennen. Ja, du hast keine gehört. Ja. Weil ich vorhin nicht... Irgendjemand für gestern das Aufnahmeprogramm hinzuschalten, ich weiß nicht, wer. Na, also zumal nicht so, als wäre ich hier für alles verantwortlich. Ja, du bist hier für alles verantwortlich. Und mit der Nase ins Tor. Alter, nein, ich will nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, was soll ich dazu sagen? Nein! Aber du hast ja noch zehn Sekunden, um drei Tore zu schießen, ich meine, um vier Tore. Du hast ja noch zwei Sekunden. Ja, ich habe dann also... Oh. Ich habe vorhin, ich habe vorhin, ich habe jetzt auch gewonnen. Ich muss ja zugeben, ja. Allerdings war es natürlich keine Aufnahme, es hat ja nichts aufgenommen. Aber, weil ich wirklich sagen muss, du hast vorher gewonnen, würde ich sagen, wir machen einfach noch ein Spiel. Und nur ein Spiel, ja? Nur ein Spiel. Und wer das gewinnt, der hat dann wirklich. Aber nachdem ich jetzt hier gewonnen habe, würde ich sagen, Gleichstand gewinnt trotzdem nicht. Komm, ich gebe dir jetzt die Shorts hier nochmal. Komm nicht so komisch. Aber Moment mal, ich würde sagen, es ist jetzt noch ein Spiel, ich bin nur eine einzige Runde, und wer das gewinnt, der muss dann machen. In Ordnung, ich bin ja ein fairer Sportsmann. Das heißt, ja, ob die Runde... Ah, okay, das ist ja schön. Wir haben es dann nicht, muss man dazu wissen, wir haben uns vorher die ganze Zeit überlegt, wie man dieses Spiel spielt, mit welchen Tasten. Und jetzt wird es natürlich direkt angezeigt. Nein, 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 nein. Nein, hallo, ja. Torlinien Technik, was los mit dir? Nein, ja, ja. Perfekt. So, schön. Nein, schon wieder. Oh. Nein, nein, oh Gott, das... Nein, ich bleib einfach hier im Tor stehen. Also, du gehst richtig feige von dir hier. Alter, und ich mache immer noch ein Tor. Oh, genial. Aber das haben wir auch das Spiel, kein Spaß mehr. Also, ich finde das Spiel immer noch genial. Es ist richtig lustig, wirklich. Ja, du willst richtig lustig, ja. Aber hätte ich jetzt eigentlich im Nachhinein schon sehr Lust auf den Simulator. Dann mach du ihn doch einfach. Ey, komm, ich bin jetzt gemeinsam. 4-0, 4-0, ein klares Ergebnis. Das ist ja quasi Portugal gegen Deutschland. Und du warst halt in dem Fall Portugal. Und du Deutschland. Und ich Deutschland. Na ja, gut. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf ein tolles Let's Play freuen. Oh, da fällt direkt das Mikrofon vom Tisch. Na gut. Gut, dann danke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.